Hallo Schicksal. Hey. Hey. Alter. Old Ice Fit. Geht so. Könnte besser sein. Ja. Sagst du gegen Bot, sagst du, ja? Na ja, so ein bisschen mal. Gestern habe ich gar nicht gespielt. Ja, gestern ein bisschen Familie, weißt du, so. Man muss ja nicht jedes Wochenende spielen und nur davor hängen. Richtig. Ja. Läuft ja nicht weg. Nächste Woche, Gott sei Dank. Also ab Montag wieder Frühschicht. Gott sei Dank. Guten Morgen, Leute. Hallo. Oh, nicht. Bei uns ist es nur. Hat es geklingelt, ne? Hatte der Klingel dann eine Tür bei dir, oder? Ja, die Kinder. Die wollen, dass der Kai rauskommt und so. Die waren eben schon draußen. Nur, der muss noch ein paar Schulaufgaben machen. Und dann abonnen. Und dann kann es eine Tür holen. Die Mucke ist ja krass. Was ist mit dem los? Ich habe eigentlich gehofft die Claudie zu erwischen, weil die schafft es ja nicht eine Einladung zu schicken, aber habe ich leider nicht erwischt. Ich werde auch nicht lange zocken, ich muss noch weg. Ach, ich mache auch heute nur wieder so ein bisschen zwischendurch. Es gibt manchmal was Wichtigeres. Das stimmt. Das macht zwar Spaß, aber man will auch mal nichts machen, weißt du? Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt nicht richtig, wenn die Anfänger unterwegs sind. Die laufen hier überall rum, statt sich irgendwo zu positionieren. Ach, naja. Gegen Bots kann man ja auch... rumrennen und in Bewegung bleiben, aber das sollte ja auch immer irgendwie sinnvoll sein. Daaa. Das stimmt. Das stimmt. Ich verstehe mal. Ich verstehe mal erst weg, dann kommen sie wieder. ich schaue ja immer ab um der ecke und wenn du wieder weg gehst und dann wieder hingehst und dann konnten sie ja aber wenn du da stehen bleibst kommt kein schwein hier sind auf einmal am computer so wie das gerade gesagt das ganze zeit war keiner drehen sich drei um kacke haben sie die tür ja sollten wir vielleicht doch lieber hacken bevor wir verlieren der krass Boah, krass, Mann. Die sind voll gut. Oder wir sind so schlecht, ich weiß auch nicht. Boah, ein 5 auf 1 Schlag. Das war schön. Ich bin so schrocken, oder was? Nee, da stand gerade einer vor mir und hat mir mit der Pumpgun ins Gesicht geschossen. Das war krass. Weg damit, brauchen wir nicht. 99%. hast du auch in den kopf geschossen klar wir hatten doch noch zeit mir ist es auch lieber gewinnen als wir verlieren hier gegen bot aber also dir sind auch lieb wenn man was wenn man wartet noch oder früher feierabend nie ja früher feierabend